Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich bin PS4-Zocker und ich habe vor wenigen Sekunden es erfahren. Roger Cicero ist tot. Ach du Scheiße. Und meine Botschaft ist eigentlich ganz klar. Genießt jeden Augenblick, den ihr in eurem Leben habt, in eurem beschissenen Leben. Genießt ihn. Und wenn ihr euch was kaufen wollt, zum Beispiel ein Haus oder ein Ferrari, dann kauft euch den Ferrari jetzt. Weil das Leben ist so schnell vorbei. Das zeigt wieder diesen Tod. Erst Peter Lustig, dann Roger Cicero, dann Anschläge auf der ganzen Welt. Das Leben ist so schnell vorbei, Leute. Genießt es, verdammte Scheiße. Macht was aus eurem Leben. Das ist meine Botschaft. Rest in Peace. Das ist meine Botschaft. Deus. Ich bin die Leute. Wir sind die Leute im, sondern die Leute. Gehebe. Und dann noch bei euch, wo wir geschafft haben. Gehebe. Gehebe. Durch gehen.